Und somit können wir es dann schaffen, immer wieder 50 Euro alle 5 Minuten zu verdienen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute gibt es mal einen der leichtesten Wege überhaupt Online-Geld zu verdienen. Und zwar werde ich euch heute eine geheime Strategie vorstellen, mit der man es schaffen kann, immer wieder 50 Euro zu verdienen und das Ganze mit relativ wenig zeitlichem Aufwand. Wie das Ganze funktioniert, wirst du nach diesem Video ganz genau wissen. Das Beste ist, um mit dieser Strategie Online-Geld zu verdienen, benötigt man keine besonderen Fähigkeiten und auch kein Vorwissen im Bereich PC, Online-Marketing und so weiter und so fort. Das Einzige, was man tun muss, ist, sich dieses Video bis zum Ende konzentriert anzuschauen und die Schritte, die ich in diesem Video erkläre, ganz genau zu befolgen und einfach nachzumachen. Ich bin mir sicher, du kennst dieses Gefühl, es gibt so viele Strategien zum Thema Online-Geld verdienen und man weiß einfach nicht, wie man anfangen soll. Doch diese Unwissenheit hat heute mal ein Ende und zwar heute gibt es einen kompletten Weg, mit dem man es schaffen kann, Schritt für Schritt als Anfänger sein erstes Geld im Internet seriös zu verdienen. Gib mir jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch für dieses Video, wenn du in Zukunft mehr kostenlose Anleitungen zum Thema Online-Geld verdienen haben möchtest. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Strategien in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Online-Geld zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute schauen wir uns eben eine Methode an, mit der man es schaffen kann, mit relativ wenig Aufwand immer wieder 50 Euro zu verdienen und ich würde mal sagen, ohne Großzeitsverlieren fangen wir direkt an. Wie gesagt, schon mal gerne einen Daumen hoch geben für einen zweiten Teil und dann geht es auch direkt schon los. Zuallererst noch ein ganz wichtiger Hinweis und zwar es gibt aktuell wieder ein paar freie Plätze bei der Plattform YouGov, habe ich euch wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Hier könnt ihr einfach mit eurer Meinung Geld verdienen, das heißt ihr müsst einfach zu bestimmten Themen, zum Beispiel zur Politik, zum Sport, zur Unterhaltungsbranche und so weiter und so fort eure Meinung sagen und bekommt dann Punkte und diese Punkte sind bares Geld wert, das heißt dann könnt ihr eben diese Punkte einlösen und mit eurer Meinung somit Geld verdienen. Wenn ihr mit starten wollt, klickt ihr einfach auf den Link in der Videobeschreibung auf starten drauf, da öffnet sich schon direkt die nächste Seite und dann einfach nur für die Anmeldung, wenn wir hier auf weiter klicken, bekommen wir hier einfach schon Punkte, hier zum Beispiel einfach fünf Punkte, wenn ich jetzt hier einfach ein paar Infos eingebe und auch weiter klicke. So, das heißt, wenn man hier dann noch weitere Infos angebt und dann ein paar Fragen beantwortet, bekommen wir noch mehr Punkte und diese Punkte kann man dann sich einfach auszahlen lassen in bares Geld direkt aufs Konto. Außerdem gibt es auch noch ein paar freie Plätze bei der Plattform Loopstar Panel, habe ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt, die ist so ähnlich wie YouGov, diese Plattform hier, hier könnt ihr eben auch mit eurer Meinung Geld verdienen, in vier einfachen Schritten einfach anmelden, ein paar Fragen beantworten, Guthaben sammeln und eben direkt auszahlen lassen oder auch mit Amazon Gutschein hier auf der Plattform Geld verdienen ist ebenfalls möglich, das heißt, wenn ihr bei YouGov nicht angenommen werdet oder eben dort alle Plätze belegt sind, könnt ihr gerne auch das Loopstar Panel einmal ausprobieren, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Dann kommt ihr auf diese Seite, ihr könnt euch einfach kostenlos registrieren, einfach hier raufklicken, dann E-Mail, Passwort eingeben, dann bekommt ihr schon euren kostenlosen Account, ihr könnt natürlich auch beide Plattformen verwenden, also YouGov und auch das Loopstar Panel, also so viel dazu und ja, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was hier diese Seiten für kleinere Jobs, für kleinere Aufgaben angeht, dann könnt ihr gerne auch bei unserer Telegram Community Gruppe Mitglied werden, Link dazu in der Videobeschreibung, denn dort poste ich immer neue Jobangebote im Bereich Online Geld verdienen und wenn ihr da eben schnell dabei seid, bekommt ihr immer dort die besten Jobs ab. Ja, soviel erstmal hier zu den ersten zwei Plattformen, aber ich habe in diesem Video natürlich noch eine bessere Methode oder eine andere Methode zum Thema Online Geld verdienen und zwar wie man 50 Euro in gerade einmal 50 Minuten verdienen kann. Wie das Ganze funktioniert, das erfahrt ihr jetzt. Und zwar benötigen wir für diese Methode die Plattform Fiverr, einfach Fiverr.com eingeben. Jetzt wird es wirklich interessant und zwar wir gehen jetzt hier auf den Punkt Text und Übersetzung und hier sehen wir jetzt gleich schon folgendes. Hier sehen wir die ganzen Kategorien, übrigens Fiverr ist eine Plattform, auf der ihr als sogenannter Freelancer Geld verdienen könnt, aber ganz wichtig, ihr müsst hier selbst nichts machen, sondern wir müssen hier einfach nur kurz schauen. Und zwar wir suchen jetzt hier die Kategorie Übersetzung raus und jetzt werden wir schon folgendes sehen und zwar wir wählen jetzt hier die Sprache aus und zwar hier wählen wir jetzt die Sprache Deutsch aus und unsere Zielsprache, die ist hier in diesem Fall Französisch. Natürlich, das ist jetzt nur ein Beispiel, es geht im Prinzip auch mit allen möglichen anderen Sprachen, aber ihr werdet auch später noch sehen, warum gerade Deutsch und Französisch natürlich eine gute Kombination ist, weil man eben damit sehr, sehr gutes Geld verdienen kann. Jetzt klicken wir mal hier eben auf Anwenden und jetzt sehen wir hier schon folgendes. Hier haben wir jetzt schon sehr, sehr viele Anbieter, die das eben anbieten und wir sehen hier auf Fiverr, hier sind die Preise eigentlich ziemlich, ziemlich günstig, zum Beispiel 5,21, 15,62 und so weiter und so fort. Was hier natürlich wichtig ist, hier kommt es natürlich immer darauf an, wie gut die Bewertung ist. Hier zum Beispiel 4,9 Sterne ist super, hier sogar 5,0 und dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Wörter man dann eben bei der Übersetzung bekommt. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel diese Anbieterin hier uns einmal auswählen, klicken wir hier einmal rauf, dann sehen wir hier schon auf der rechten Seite, hier bekommen wir eben 300 Wörter für 5,21 Euro. Wenn wir jetzt aber mal zurückgehen, dann sehen wir hier zum Beispiel folgendes und zwar, wenn wir hier einmal raufklicken, zum Beispiel auf diesen Anbieter, dann sehen wir hier, hier kriegen wir tatsächlich nicht 300, sondern schon 500 Wörter für 5,21 Euro. Das ist eben das Wichtige, hier kommt es eben auf die Anzahl der Wörter an, weil klar, 300 Wörter sind weniger als 500 Wörter logischerweise, aber wenn wir hier den gleichen oder einen ähnlichen Preis haben, ist natürlich dieser Anbieter erstmal für uns hier ganz klar besser. Was auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist die Antwortzeit und hier unten sehen wir das Ganze, die durchschnittliche Antwortzeit ist eine Stunde, das heißt, dieser Kollege hier antwortet im Prinzip, wenn man ihn anschreibt und einen Auftrag bei ihm bucht, innerhalb von einer Stunde. Das ist natürlich schon sehr, sehr gut. Jetzt werden sich einige fragen, okay, schön und gut, wir haben jetzt hier jemanden gefunden, der zum Beispiel englische oder deutsche Texte ins Französische übersetzen kann und natürlich auch umgekehrt. Und die Antworten innerhalb von einer Stunde, was zum Teufel bringt uns das jetzt? Und dazu komme ich jetzt und zwar jetzt wird es interessant, jetzt gehen wir nämlich auch auf eine zweite Plattform und zwar auf die Plattform malt.de. So und zwar hier könnt ihr auch als deutsche Person richtig gutes Geld verdienen, natürlich auch als österreichische oder Schweizer Person und ja, hier gehen wir jetzt rauf auf malt.de und hier gehen wir jetzt einfach mal Übersetzungen ein. Das heißt Übersetzungen oder Übersetzer einfach, beziehungsweise einfach hier klicken wir auf Übersetzer und klicken wir jetzt hier mal auf Freelancer finden und hier sehen wir jetzt schon folgendes und zwar hier sehen wir beispielsweise direkt im ersten Treffer beziehungsweise im ersten Suchergebnis Übersetzung Deutsch Französisch. Und was sehen wir hier? Diese Person verdient hier mit 130 Euro pro Tag und das ist natürlich hier tatsächlich schon fast das Niedrigste und zwar hier sehen wir eben wie hoch die durchschnittlichen Bezahlungen sind. Das heißt je höher hier der Ausschlag ist, desto höher ist eben die, beziehungsweise desto mehr Leute bekommen eben genau das. Das heißt hier die meisten Leute verdienen hier eben zwischen 120 bis sogar 500 Euro, das Ganze pro Tag. Das heißt hier sind die Bezahlungen immer pro Tag angegeben, das heißt hier zum Beispiel für Übersetzungen vom Deutschen ins Englische, dafür bekommt teilweise die Person 400 Euro pro Tag. 295 Euro pro Tag, 600 Euro pro Tag und das ist einfach mal genial. Das heißt diese Plattform hier ist eine wahre Goldgrube. Das heißt das Beste ist hier, das Ganze ist auch noch remote, also von zu Hause aus, also man muss nirgendwo hinfahren. Und das Beste ist auch, deswegen hatte ich das Ganze euch vorhin auch gezeigt, man muss hier auch selbst gar nichts machen. Das heißt hier wählen wir das Ganze beispielsweise einmal aus. So und hier könnt ihr euch dann auf der Plattform ganz einfach hier oben rechts einen Account erstellen. Dazu klickt ihr dann hier rauf und dann wählt ihr aus, dass ihr Freelancer seid und könnt euch hier dann komplett kostenlos ein Profil erstellen. Und dann gebt ihr das Ganze eben folgendermaßen ein. Das heißt ihr gebt hier an, dass hier zum Beispiel auch Übersetzungen durchführt, das heißt zum Beispiel von Französisch ins Deutsche oder vom Deutschen ins Französische, vom Englischen ins Französische, vom Englischen ins Deutsche und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr ihr eben Preise anbieten, die minimal günstiger sind. Das heißt hier zum Beispiel 120 Euro pro Tag oder vielleicht sogar in Anführungszeichen nur 100 Euro pro Tag. Und dann könnt ihr das Ganze hier immer vergleichen. Wichtig ist eben, dass ihr immer ein bisschen günstiger seid als die anderen Leute, weil die Wahrscheinlichkeit ist dann höher, dass ihr dann hier eben gebucht werdet. Das heißt, wenn ihr dann hier zum Beispiel einen Auftrag bekommt, dann bekommt ihr natürlich den Text, den ihr übersetzen sollt, zugeschickt. Und dann, wenn ihr den Text dann habt, dann leitet ihr diesen Text dann einfach an einen Übersetzer weiter. Hier haben wir dann zum Beispiel diesen Übersetzer hier schon rausgesucht und dieser Übersetzer übersetzt dann den Text für euch und ihr schickt den Text dann wirklich einfach an den Kunden wieder zurück. Wichtig ist natürlich, dass ihr dann genau hier darauf achtet, wie viel lang dieser Text ist. Das heißt hier zum Beispiel, wenn dieser Text ungefähr 5000 Wörter lang ist, also ungefähr 10 Seiten, eine Seite hat im Schnitt ungefähr 500 Wörter. Kommt natürlich auf die Schriftgröße an, aber das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 5000 Wörter langen Text habt, dann würdet ihr hier für 50 Euro bzw. 52,7 Euro bezahlen. Und würdet dann auf dieser Plattform hier dann eben zum Beispiel 120 Euro oder 100 Euro bekommen. Das heißt, ihr hättet dann bei 120 Euro zum Beispiel 70 Euro Gewinn für euch und bei 100 Euro zum Beispiel 50 Euro Gewinn für euch. Und im Prinzip, wenn ihr hier 100 Euro wählt und dann eben einen Auftrag bekommt und den eben weiterleitet, hättet ihr 50 Euro Gewinn. Und das Ganze gerade einmal mit 5 Minuten Arbeit. Warum? Weil ihr einfach nur hier eben einen Account erstellen müsst. Das könnt ihr in wenigen Minuten machen. Dann müsst ihr einfach nur, wenn ihr die Anfrage bekommt, den Text einmal weiterschicken. Das dauert 10 Sekunden, den einmal zu kopieren. Und dann hier eben an den Übersetzer weiterzuschicken. Und dann, wenn ihr die Übersetzung bekommen habt von diesem Übersetzer hier, dann schickt ihr den einfach nur zurück. Und dann seid ihr im Prinzip auch schon fertig. Was natürlich jetzt auch eine wichtige Sache natürlich wäre, wenn ihr einen Auftrag bekommt, dann könnt ihr natürlich auch da ganz transparent sein, dass ihr sagt, okay, ich leite diesen Auftrag an mein Übersetzerteam weiter. Und ja, dann könnt ihr eben das Ganze hier auch ganz transparent machen. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich auch diesem Übersetzer hier sagen, dass ihr diese Übersetzung eben weitergebt. Aber im Prinzip, das kann diesem Übersetzer, beziehungsweise das ist diesem Übersetzer natürlich auch egal, weil der möchte hier seinen Auftrag haben. Übersetzt das Ganze. Und wohin es dann geht, das spielt ja für diesen Übersetzer hier erstmal keine Rolle. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, muss man für diese Methode ein Gewerbe anmelden? Dazu kann ich sagen, wenn man das Ganze dauerhaft und langfristig mit Gewinnabsicht machen will, muss man dafür auf jeden Fall ein Gewerbe anmelden. Aber es gibt auch eine Lösung, Online-Geld zu verdienen, ohne ein Gewerbe anmelden zu müssen. Und zwar funktioniert das Ganze mit unserer Kopierstrategie. Dabei müsst ihr selbst gar nicht wirklich viel machen, sondern mich einfach nur kopieren. Und ihr müsst für diese Methode auch kein Gewerbe anmelden. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt noch einmal kurz. Und zwar habe ich euch dazu diese Seite in der Videobeschreibung verlinkt. Hier könnt ihr euch komplett kostenlos anmelden und eben die sogenannte Autocopy-Methode anwenden. Das heißt, hier könnt ihr mich mit einem einzigen Klick kopieren. Und wenn ich hier dann beispielsweise 20 Euro Gewinn mache, macht ihr auch automatisch 20 Euro Gewinn auf eurem Profil. Und einfach nur, weil ihr mich kopiert habt. Das heißt, hier könnt ihr das Ganze in drei einfachen Schritten machen. Einfach anmelden, mich kopieren und dann eben durchstarten. Dazu klickt ihr dann hier einfach auf Erste Schritte drauf. Dann öffnet sich diese Seite. Hier könnt ihr dann euer Wohnsitzland eingeben, auch weiterklicken und euch hier ein kostenloses Konto erstellen. Und natürlich kann ich auch beweisen, dass das Ganze funktioniert. Und zwar, ich werde mal hier die Einnahmen vom letzten Monat bzw. von der letzten Woche einblenden. Und zwar sehen wir hier die Ergebnisse. Über 7000 Euro in der letzten Woche verdient. Das heißt, knapp 1000 Euro pro Tag und über 300 Leute profitieren schon davon. Über 300 Leute kopieren mich hier schon. Wenn ihr auch davon profitieren wollt, einfach hier auf dieser Seite anmelden in der Videobeschreibung. Wenn ihr hier zu diesem ganzen Thema Kopierer werden etc. Autocopy-Methoden eine komplette Anleitung haben wollt, klickt einfach auf das Video, was ich jetzt hier in der Mitte einblenden werde. Denn dort erkläre ich das Ganze nochmal Schritt für Schritt für Anfänger, wie man sich auch richtig anmeldet. Und dann könnt ihr auch schon starten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Erfolg dabei. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.